An der Front bei Bachmut im Osten der Ukraine gehen Russlands Truppen von der Verteidigung zum Angriff über. Um dies darzustellen, hat das Verteidigungsministerium in Moskau diese Bilder veröffentlicht. Ukrainische Quellen haben die Information gegenüber Medien bestätigt. Im vergangenen Mai hatten russische Truppen Bachmut mit Hilfe der Wagner-Söldner eingenommen. Doch die Armee der Ukraine hatte danach eine Gegenoffensive gestartet. Etwas mehr als eine Autostunde Fahrzeit entfernt im Süden von Bachmut, ebenfalls im Donbass, hatten russische Truppen versucht, die Stadt Avdivka einzukesseln. Seit Wochen offenbar ohne Erfolg, aber unter hohen Verlusten. Kiew meldet 300.000 gefallene russische Soldaten, macht zu den eigenen Toten aber keine Angaben.